Herzlich Willkommen meine Freunde zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute endlich mal wieder ein Stadion-Blog bzw. es wird mehr so ein Stimmungs-Blog, denn es wird eine Sache anders geben, weil ich bin heute alleine da, Tabea ist noch nicht ganz gesund, wir sind generell beide die ganze Woche nicht ganz gesund gewesen, ich bin auch noch nicht so 100% fit, muss ich ehrlich zugeben, darum haben wir es diesmal so gemacht. Ich habe die Dauerkarte jetzt von Tabea, ich werde heute sitzen, weil ich glaube es ist für mich immer noch nicht gut, wenn ich 90 Minuten mitmache, ich denke mal man hört es noch ein bisschen in meine Stimme. Ich werde auf jeden Fall heute ein paar Aufnahmen von der Südtribüne machen, die Stimmung einfangen für die Leute, die nicht da sind und das nicht live miterleben können. Ich wünsche euch, auch wenn es heute ein bisschen anders wird, dennoch ganz ganz viel Spaß, ich hoffe wir kriegen noch einige Aufnahmen von euch da draußen und ja, dann würde ich mal sagen, Arminia braucht die drei Punkte, wir müssen heute da sein, let's go ab ins Stadion. Oh! Hier kommt unsere Mannschaftsaufstellung im Tor. Mit unserem 1er, Jonas. Erböhr! Mit der Rücken-Moffiher, Louis. Auch die Rücken. Der Klinik 5 kriegt Sidi. Der Klinik 5. Mit der Rücken-Moffiher, U-Niglas. Mit dem 1er, U-Niglas. Mit dem 1er, U-Niglas. Unsere nur anregende Fabiola. Joach, U-Beihock! Und dann die Nummer 17, die Klinik 5. Klinik 5. Klinik 5. Klinik 6. Klinik 6. Klinik 6. Klinik 6. Klinik 6. Lider 4. Lider 5. Klinik 6. Lider 3. Liders 3. Lider 3. Lider 3. Lider 3. Langs нас Smartphone. Lider 3. Lider 0. Lider 3. Ball! Entsteckt durch! Nein! Ja! 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 Vorwarten, vorwarten. Vorwarten, vorwarten. Vorwarten, vorwarten. Vorwarten, vorwarten. Vorwarten, vorwarten. Vorwarten, vorwarten. Mario! 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 Wo? Drei! Null! Schüttel! Drei! Drei! Ves! 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 Ja! Gäste, wir fliegen! Auf geht's, wir fliegen! Wir fliegen es kaum! Ja, wir fliegen es 손. Aber wenn sie es arbeubt, thun sie produção. Wir fliegen es trank los. Ich wohne nicht nur kohlen! Wir fliegen es erst mal. wir fliegen es uns an. Wir fliegen es uns noch ins. Das war's für heute. Guter Ball, guter Ball, guter Ball! Guter Ball, guter Ball! Guter Ball, guter Ball! Guter Ball, Guter Ball, Guter Ball, Guter Ball! Applaus Fabian, 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 Fabian! Fabian, Fabian, Fabian! Fabian, Fabian! Fabian, 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 Fabian! Fabian, 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 Fabian! Das 2 zu 2, der Auswahlstreffer der Gästenleute, die hier gespielt hat, das bin ich, und für neue Fabianer! Los, Usholkos! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm mal auf die Batsche! Komm mal auf! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute.